So, es geht nun weiter mit dem 31. Teil. Ich wollte jetzt gerade erst mal was abschmeißen. Das kann ich hier unten gar nicht mehr machen, weil die Truhen hier schon voll sind. Deswegen habe ich hier eine weitere Truhe. Da kann ich erst mal Akazienholz wegschmeißen. Den gemalteten Sandstein brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht, das brauche ich auch nicht. Das brauche ich sonst noch nicht. Das brauche ich auch noch nicht. Das brauche ich auch noch nicht. Das brauche ich auch nicht. Ich muss eine weitere Truhe machen. Eine weitere Truhe. Ich mach mal hier aus Tropenholz. Und hier dahin. Dann brauche ich jetzt. Ich wollte sonst einen Diamant in der Ferre rüchstum. Noch einen, lasse ich hier nicht mehr drin. TNT brauche ich nicht. Ich habe nur ein Stück, weil ich ja in den letzten Parts dann einmal sowas gefunden habe. Und die Diamanten, die stammen aus. Wo soll ich denn die Diamanten? Ich glaube, da kann ich eine Biaspitzhacke rausbauen. Oder ich packe sie erstmal weg. Und jetzt habe ich noch einen Biaspitzhack. Hier habe ich jetzt noch eine Biaspitzhack. Also ich kriege hier neun und dann so drei Tropenholz-Zäune heraus. 27 Stücke, ich will nämlich... Oh, ich muss doch dringend was essen. Wie spät ist es denn nun? Ah, geht noch. Erstmal muss ich noch ein bisschen Weizen aberrten, da ich nicht halb, Lava hat sich auch zu Ostridian gemacht. Aber ich kann noch wieder was aufnehmen. Ich guck jetzt erstmal hier diesen abzuernten. Auch wenn nicht alles 100% fertig ist. Ich guck erstmal hier alles abernten. Übrigens ist heute der 1. Dezember. Und hier hat das neue Schuljahr begonnen. Ich hab einen schönen ersten Tag gehabt. Und was 11. Dezember noch hat, ist ja dieser Terroranschlag, der jetzt heute 13 Jahre her ist. Also zumindest am Tag der Aufnahme. 11. Dezember zumindest Tag der Aufnahme. Aber nicht Tag der Veröffentlichung. Natürlich will ich das gar nicht morgen veröffentlichen. Oder währenddem das nicht mehr dazu planen geht. Damit auch heute noch kommen. So erstmal muss ich meinen Hunger noch nicht stillen. Das ist nur noch zweieinhalb Hungerpunkte. Heißt also. Melonen. Melonen und Kübisse werde ich jetzt mal eine extra Farm anlegen. Da ist Kühe und Schafe farmbar gemacht. Schweine ab. Müssen wir noch welche holen. Karotten werde ich auch extra machen. Wenn ich diese Tropenholz bauen werde ich natürlich anders los. Hier einen einzigen Zaun. Hier müssen wir die auch mit. Was wollte ich gerade machen? Ah ich wollte ja große Farben. Wo? So. Über zwei Stacks hier. Ich kriege. So erstmal. Und die Samen die ich habe. So. Ich habe hier über zwei Stacks an Samen erhalten. Und das kriege ich am Tag noch hin. Wo ich schlafen muss. Ich pflanze alles mal hin. Wups. Jetzt aber. So. Da sind diese beiden Wackerzwellen. Die sind erstmal die ersten weißen Körner aufgegangen. Aber. Jetzt werden sich wahrscheinlich auch wieder welche übrig bleiben. Da man meistens mehr als einen raus bekommt. Glaube ich. Dass die dann. Zu viel sogar sind. Jetzt habe ich nochmal. 64 Stacks. Und dann nochmal. Ein paar mehr. Das heißt. Es ist schon viel mehr Samen die ich hier kriege. Also. Jetzt schon ist das Feld wieder voll. Ich habe ja jetzt noch eine Milone Pürbisse. Wie ich. Ich werde aber jetzt mal schlafen. Dieses Gehege könnte ich eigentlich meines Langs verwenden. Aber die verschwinden. Vielleicht sollte ich da. Vielleicht Mojang finden, dass die auch bleiben. Ja. Hier nicht. Hier rein. Oh. Schon über zwei Stecken Eisen die ich habe. Hier habe ich so ordentlich Eichenholz gesammelt. Also einige. Sechs über Stecken sollen. Und ich brauche jetzt eigentlich nur einen. Weil jetzt Zäune. Du kannst jetzt Zäune bauen. Die Tropenholzzäune nehmen. Na. Die kann die nicht sein. Aber erstmal muss ich hier nochmal. Zäune. Na. Das sind zwei Tore. Das ist das andere. Muss andersrum. So. Muss ich das denn machen. Könnte ich hier so. Drei Stecks sein. Und dann nicht. Drei Stecks. Ein Steck. Und dann noch einen Halben. Damit ich hier so. eine Milonfarm. Kürbisfarm. Und. Wo kann ich die damit hinstellen. Milonfarm. Kürbisfarm. Das ist natürlich jetzt mal. Sagen ich mir. Wie wir. Haben. Dann baue ich hier mal. Jetzt mal. den Zaungrundgerüst hin. So hin. Zaun. Grundgerüst. Schaufel. Braunschutz. Auch. Sollte schon ein paar Blöcke lang sein. Also acht Blöcke. Das sind jetzt hier. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Das sind sechs. Das sind sieben. Und das hier sind jetzt. Acht Blöcke. Das sind acht Blöcke lang. Oder breit. Eins. Zwei. 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 ich kann eben noch schöner gestalten da muss ich ja immer am besten noch mal von euch vorstehen was ich noch mal machen soll ich muss erstmal hier diese Fläche mit Zaun hier zu bauen oh, das hab ich dann gemacht ein Block zu weit bin ich hier gegangen hier kann ich das da allerdings noch formulieren weg ich muss die Schaufel noch ausnutzen also ich immerhin wieder einen halben Steck an Broten wie spät ist es ist gleich Mittag und einen Zauntor brauche ich noch so einpacken ich mach den Charmeingang hier in der Mitte als hier hinten die soll erstmal graben vor mit Wasser ja, ich hab keine Eimer also hier zum Beispiel hier zwei dann wieder zwei und hier noch mal einen freigraben auf beiden Seiten Kürbis und Melonen fahren kann dafür brauche ich erstmal noch eine Hacke und die Samen also hier sind Kürbis und Melonen Samen also hier sind Kürbis Samen und Melonen Samen hier habe ich hier die Kürbisse und Melonen Samen kriege ich da von her und jetzt muss ich da so 16 Millionen gerne holen 16 und ich brauche noch eine Hacke ich habe schon bei der Hacke Hacke legt ja da ist noch eine hier eine Hacke die kann ich noch... ne 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 nutzen das ist erst wenn ich den Slot freikriegen kann und ich kann es natürlich von Bedarf noch erweitern die fackel ist mir weg sollte eigentlich sein und das wasser fehlt noch wasser ja noch also ein ein eimer ein wahrscheinlich nicht da sein aber oben noch ein auch nicht machen besser will ich ja noch inventar lernen weil es schon wieder voll ist die samen brauche ich gerade nicht die milone brauche ich nicht so erde brauche ich nicht die setzungen brauche ich nicht das weiße brauche ich gerade nicht diese setzungen brauche ich auch nicht das wirkenholz brauche ich auch nicht so viele sticks brauche ich auch nicht ja dann pack ich weg dann pack ich weg und das andere lass ich trockenholz sonne brauche ich auch nicht das wollte ich gerade machen einmal drei eisenbarren holen noch mal drei zwei eimer machen leere eimer können übereinander gesteckt werden zwei eimer voll mit wasser mielenkerne und kürbiskerne brauche ich auch 16 die noch mehr kürbiskerne das war ein so ist es mit unendlich brunnen das auch noch mal eine sache jetzt ist das hier ein bisschen weniger, so, immer zwei weiter, dann wird daraus ein unendlich brunnen. Zack, jetzt ist es da auch unendlich brunnen. Ich muss dann drei Eintretungen machen, hier ein, hier ein und hier ein, weil das sind drei Zauntore. Kurz zurück nach Haus. Drei Zauntore. Holz habe ich ja, das heißt, Sticks habe ich, dann hier nur mit drei. Und hier ein Eichenholz, die man hier ein Eichenholz Zauntore kriegen kann. Und was kann ich noch machen? Die 16 Melonkerne. Da haben wir ja schon fast zwei Sticks an Eisen. Hier ein, hier ein und hier ein. Und die 16 Melonkerne auch nochmal wegpacken. Kann ich schon mal hier hinpflanzen. Dann setzen die dann immer hier. Geht zwar auch die Glocken näher, aber... Gehen immer nach hinten weg. Hackeln könnte ich mir jetzt auch nochmal ein paar machen. Da habe ich dann auch nicht eine Kohle zur Verfügung. Damit die auch... Damit die auch wirklich... gut Licht kriegen. Das finde ich genug Licht. Und dann schlafe ich nochmal. Ich hoffe euch mal, dass der Part schon... ... dass der Part ausgefallen hat. Geht für Teilen, na dauernd oben Teilen. Und... Ein Abo wäre auch nicht schlecht. Ich mach den Absichtgeber-Skript, sobald der Part draußen immer noch ein bisschen lauter wird.